Willkommen zum ersten Kapitel der ersten Lektion, in dem es um elementare Zählprinzipien geht. Wenn wir geschickt zählen wollen, so gibt es dafür zunächst zwei Methoden. Wir zerlegen die ganze Lösungsmenge zu einem Problem in Teilmengen, die sich leichter abzählen lassen. Das führt auf Summenregeln, hat also mit dem Addieren, mit dem Plusrechnen zu tun. Oder wir zerlegen ein Problem in voneinander unabhängige, nacheinander sich denkbare Entscheidungsstufen. Das führt auf Produktregeln, hat also mit dem Multiplizieren oder dem Malrechnen zu tun. Kurz vorab, was meint denn jetzt eigentlich Abzählen? Sie sehen hier vermutlich sechs Tiere, das könnten zum Beispiel Schafe sein. In der Mathematik machen wir es ja manchmal etwas umständlicher als wirklich nötig und sagen, ich sehe hier eine Menge M und die Elemente dieser Menge sind Schafe. Die Anzahl der Elemente der Menge beträgt 6. Oder anders gesagt, die Menge hat die Mächtigkeit 6. Oder noch etwas anders gesagt, die Kardinalität oder Kardinalzahl der Menge ist gleich 6. Man bestimmt diese Anzahl, indem man jedem Schaf nacheinander eine natürliche Zahl zuordnet, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die letzte Zahl, die man da genannt hat, ist dann die Kardinalzahl. Bei welchem Schaf man anfängt, ist eigentlich egal. Hauptsache man schläft während dem Zählen nicht ein. Kardinalzahlen schreiben wir abgekürzt auch als Kart. Manche Autoren machen auch Betragsstriche um die Menge oder schreiben so ein Hashtag davor. Wichtig ist jedenfalls die Unterscheidung. Kard M, Betrag M oder Hashtag M ist gleich 6. Heißt, die Menge hat 6 Elemente. Stünde aber zum Beispiel A gleich B da, dann hätten beide Mengen genau dieselben Elemente. Wohingegen, wenn da steht Betrag von A ist gleich Betrag von B, dann heißt das nur, dass beide Mengen 6 Elemente haben. Hat man nun zwei Mengen A und B und ist es so, wie dieses Wenn-Diagramm unten andeutet, da sind die Mengen ja die Kreise, dass die Mengen sich nicht überschneiden, also kein Element von A in B enthalten ist und umgekehrt kein Element von B in A enthalten ist, dann darf man die Kardinalzahl der Vereinigungsmenge, also A vereinigt mit B, einfach so bestimmen, dass man Kart A und Kart B addiert. Weil in der Vereinigungsmenge von A und B sind ja alle Elemente von A und B genau einmal enthalten. In A sind alle Elemente von A einmal enthalten, in B alle Elemente von B einmal. Addiert man Kart A und B, hat man also jedes Element der Vereinigungsmenge genau einmal gezählt. Das geht hier so leicht, weil eben beide Mengen sich nicht überschneiden oder wie man etwas vornehmer sagt, weil die Schnittmenge von A und B die leere Menge ist, also kein Element doppelt gezählt wird. Solche Mengen mit leerer Schnittmenge nennt man auch disjunkte Mengen. Ein Beispiel, wenn in einer fiktiven Schulklasse alle SchülerInnen entscheiden müssen, ob sie entweder an der AG Turnen oder an der AG Werken teilnehmen und wenn 17 davon Turnen und 23 davon Werken besuchen, dann hat die Klasse offenbar gerade 17 plus 23 ist gleich 40 SchülerInnen. Aber wenn die SchülerInnen an mindestens einer der AGs teilnehmen sollen, also auch beide besuchen dürfen, dann wären die Teilmengen T und W ja nicht mehr unbedingt disjunkt. Wir hätten dann mit den 40 SchülerInnen vielleicht gar nicht recht, weil wir diejenigen doppelt gezählt hätten, die an beiden AGs teilnehmen. Sagen wir mal, das wären genau 9 SchülerInnen. Dann müssen wir also 17 plus 23 minus 9 gleich 31 rechnen, weil wir die 9 SchülerInnen mit zwei AGs sowohl bei den 17 als auch bei den 23 mitgezählt haben, also genau doppelt. Deswegen ziehen wir sie einmal wieder ab. Allgemein formulieren wir das als unseren ersten Satz. Die Anzahl der Elemente der Vereinigungsmenge von A und B ist gleich der Summe der Anzahlen der Elemente der Mengen A und B abzüglich der Anzahl der Elemente in der Schnittmenge von A und B. So einen Satz kann man jetzt beweisen. Beweisen meint auf bekannte oder bereits als richtig akzeptierte Aussagen durch logische akzeptierte Schlüsse zurückführen. Da kommt bei uns eigentlich nur die einfache Summenregel für die disjunkten Teilmengen als Aussage in Frage, auf die wir das vielleicht zurückführen können. Schauen wir mal. Wir suchen die Kardinalität der Vereinigung von A und B. Wir können diese Vereinigungsmenge in zwei disjunkte Mengen teilen. In die Menge A und die Menge B ohne A. In der zweiten Menge sind jetzt gerade die Elemente von B drin, die nicht zufällig auch in A enthalten sind. Diese beiden Anzahlen dürfen wir einfach so addieren, weil beide Teilmengen nach Konstruktion disjunkt sind. Jetzt kommt ein ganz typischer Trick, die Nulladdition. Wir addieren mal die Anzahl der Elemente in der Schnittmenge von A und B wieder dazu und ziehen sie sofort wieder ab. Dann haben wir in Summe nichts dazu addiert. Die Anzahl bleibt also insgesamt gleich und immer noch gleich der Anzahl der Elemente der Vereinigungsmenge. Jetzt können wir aber einfach wieder die Menge B ohne A und die Schnittmenge A geschnitten B miteinander vereinigen. Das sind beides wieder disjunkte Teilmengen. Also ist es egal, ob wir B ohne A plus A geschnitten B getrennt zählen oder aber direkt einfach alle Elemente von B zählen. Damit sind wir dann aber schon fertig, weil unten bleibt jetzt genau wieder Kart A plus unter der geschweiften Klammer Kart B und dann dahinter nochmal minus Kart A geschnitten B übrig. Und damit ist der Satz bewiesen. Haben wir jetzt nicht zwei, sondern beliebig viele, sagen wir mal K-Mengen, dann können wir, wenn diese jeweils miteinander keine Schnittmengen haben, das nennt man auch paarweise disjunkt sind, wiederum einfach die Elementzahlen aller Mengen addieren und haben damit die Elementzahl der Vereinigungsmenge. Wenn es Schnittmengen gibt, wir also wieder eine allgemeine Regel suchen, wird es komplizierter. Wir beschränken uns hier mal auf den Fall drei beliebige Mengen, die auch Schnittmengen haben dürfen. Wir haben also mal drei Mengen A, B und C. Sagen wir mal, in A sind acht Elemente genau die weißen Kreuzel, die Sie da sehen. Dazu addieren wir wieder, der Einfachheit halber, auch wieder genau acht Kreuzel, die Kardinalzahl der Menge B. Im Allgemeinen kann natürlich B auch eine andere Elementzahl haben. Ich war ja einfach nur faul und habe jetzt in alle Mengen acht Elemente reingegeben. Jetzt kommen dann also auch noch die Kardinalzahl von C dazu. Das soll auch wieder acht sein. Jetzt haben wir aber wieder Elemente doppelt oder sogar noch öfter gezählt, nämlich etwa die vier in der Schnittmenge von A und B. Die Schnittmenge von A und B, die Elemente, die da drin sind, die vier, die ziehen wir also wieder ab. Und auch die vier in der Schnittmenge von B und C. Dass das wieder genau vier sind, ist ja auch nur der Einfachheit halber so gemacht. Das könnten auch wieder ganz andere Anzahlen und das könnte sogar eine Null sein. Jetzt ziehen wir auch noch die Anzahl der Elemente in der Schnittmenge von A und C ab. Ist hier jetzt auch wieder eine vier, einfach um es einfach zu haben. Sind wir aber noch nicht ganz fertig, weil wenn Sie mal scharf nachdenken, die zwei Elemente da ganz in der Mitte, in der Schnittmenge von A, B und C, die haben wir zunächst dreimal dazu addiert, bei A, bei B und bei C. Und dann wurden sie wieder abgezogen, bei A geschnitten B, bei B geschnitten C und bei A geschnitten C. Die gehören jetzt noch einmal wieder dazu gezählt, damit auch wieder alles passt. Weil wenn wir sie dreimal dazu addieren und dreimal abziehen, haben wir sie ja gar nicht noch einmal wieder dazu. Und so schaut dann also die Summenregel für drei Mengen aus. Für vier oder mehr Mengen funktioniert das eigentlich ganz genau so. Es wird immer abwechselnd dazu addiert, Schnittmenge subtrahiert, nächste Schnittmengengruppe wieder dazu addiert, nächste wieder subtrahiert. Das nennt man deswegen auch das Prinzip vom Ein- und Ausschluss. Aber nicht alles erschließt sich durch Addieren bzw. Summen. Nehmen wir mal an, Sie haben daheim in Ihrem Kasten drei Hemden und vier Hosen. Das sind dann zwar sieben Kleidungsstücke, aber das ist eher nicht die Antwort auf die Frage, auf wie viele Arten Sie sich damit gescheit anziehen könnten. Wollen Sie die farbliche Passung mal ganz außen vor lassen, ein Outfit aus einem Hemd und einer Hose kombinieren, dann ist das eben kein Fall für die Summenregel. Die korrekte Anzahl könnten Sie aber zum Beispiel durch Einzeichnen von so Verbindungslinien von jedem Hemd zu jeder Hose bestimmen. Ich sage Ihnen jetzt mal, das sind zwölf. Ist aber nicht so super übersichtlich. Aus dem Stochastik- Unterricht kennen Sie aber vielleicht diese, etwas übersichtlichere Darstellung, ein Baumdiagramm. Erste Entscheidung, ein Hemd auswählen, drei Optionen. Dann unabhängig von der ersten Option, die zweite Entscheidung, Hose auswählen, je vier Optionen. Also insgesamt zwölf Anziehmöglichkeiten. Oder Sie hatten schon ein bisschen lineare Algebra, dann zeichnen Sie vielleicht eine Matrix oder Tabelle. Drei Zeilen für die Hemden, vier Spalten für die Hosen ergibt wieder drei mal vier, ist gleich zwölf Anziehmöglichkeiten. Jetzt muss es natürlich nicht bei zwei Entscheidungen bleiben. Unterwäsche, Socken und im Winter eine Jacke und eine Haube wären ja auch nicht übel. Bei jeder neuen Entscheidung wäre mit der jeweiligen Anzahl der Socken, Jacken oder Hauben nochmal wieder mal zu nehmen. Allgemein können wir einen Satz daraus machen, den wir allgemeine Produktregeln nennen. Es seien nacheinander K-Einzelentscheidungen zu fällen. Diese Entscheidungen lassen N1 bzw. N2 und so weiter und so fort bis NK-Möglichkeiten zu. Jede dieser Anzahlen muss dabei unabhängig vom Ausgang der vorangehenden Entscheidung sein. Also aus wie vielen Jacken Sie auswählen, soll eben nicht davon abhängen, welche Ihrer vier Hosen Sie jetzt genau angezogen haben. Dann ist die Anzahl aller Gesamtentscheidungsmöglichen genau das Produkt N1 mal N2 mal und so weiter und so weiter mal NK. Wieder als Beispiel nehmen wir an, Sie hätten noch zwei Jacken, dann hätten Sie für Hemd, Hose und Jacke auswählen drei mal vier mal zwei Gesamtentscheidungsmöglichkeiten. Jetzt schauen wir mal, ob wir das auf die Summenregel zurückgeführt, also bewiesen bekommen. Wir formulieren wieder in Mengensprache und bleiben erstmal bei zwei Entscheidungen. Menge A sei mal die Hemdmenge A1, A2 und so weiter, also die einzelnen Hemden. A N wäre in diesem Beispiel Fall jetzt A3 gewesen, weil Sie ja drei Hemden hatten. Kart A ist gleich N, ist also in diesem Beispiel gleich 3. B sei jetzt die Hosenmenge B1, B2 und so weiter, die Hosen, geht bis Bm, ist bei Ihnen also B4, beziehungsweise die Anzahl der Hosen ist Kart B, ist gleich M und im Beispiel eben 4. Die erste Entscheidung ist Wahl eines Elementes aus A, also ein Hemd auswählen und die zweite Entscheidung ist Wahl eines Elementes aus B, also eine Hose auswählen. Die Gesamtentscheidung ist dann ein geordnetes Paar, zum Beispiel A2, B3, beziehungsweise im Anziehbeispiel wieder das zweite Hemd mit der dritten Hose kombinieren. Das ist geordnet, weil das zweite Hemd mit der dritten Hose ist etwas anderes als die dritte Hose mit dem zweiten Hemd kombiniert. Die Behauptung lautet jetzt, die Anzahl der Gesamtentscheidungen ist genau die Anzahl aller möglichen geordneten Paare, also Anzahl der Hemden mal die Anzahl der Hosen, also N mal M. Die Menge der geordneten Paare von Elementen aus zwei Mengen A und B nennt man auch das Kreuzprodukt der Mengen A und B und unser Satz sagt dann aus, dass das Kreuzprodukt genauso viele Elemente hat, wie die Kardinalzahl von A mal die Kardinalzahl von B. Zurückführen auf Summenregeln machen wir über diese Tabelle. Die Zeilen sind hier die Elemente von A und die Spalten die Elemente von B und in den einzelnen Zellen stehen dann die geordneten Paare. Jetzt dürfen wir aber zeilenweise addieren, denn in der ersten Zeile stehen alle geordneten Paare, wo vorne A1 steht, also das sind die Möglichkeiten, wo Sie Hemd 1 gewählt haben. Diese Menge hat sicherlich keine Schnittmenge mit allen Zeilen darunter, weil dort immer ein anderes Hemd A2, A3 und so weiter ausgewählt wird. In dieser und allen anderen Zeilen haben wir genau M Elemente, weil jedes Hemd mit genau einer Hose, also einem von M verschiedenen Bs kombiniert werden kann. Also wird M plus M plus M gerechnet, wir addieren genau N Zeilen, also N solche M's zusammen, also kommt N mal M heraus und das ist ja gerade Kard A mal Kard B. Damit ist die Produktregel für zwei Mengen bzw. zwei Entscheidungen bewiesen. Man kann sich dann leicht überlegen, dass das mit drei und mehr Mengen ganz analog läuft. Bei drei Mengen etwa die Zeilen mal die Spalten und dann noch Schichten für die dritte Entscheidung, die man auch noch wieder mal nehmen muss und dann vielleicht noch eine vierte Entscheidung und so weiter und so fort. Eine immer wiederkehrende Frage ist die Anzahl der Wörter, die man über einen festen Satz von Zeichen, auch genannt Alphabet, mit einer bestimmten Anzahl an Zeichen bilden kann. Also zum Beispiel dreistellige Wörter über dem normalen Alphabet von A bis Z ohne Umlaute und ohne Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung. Da hat man für jede Stelle 26 Möglichkeiten, also insgesamt 26 mal 26 mal 26 oder einfach direkt 26 hoch 3 Möglichkeiten. Wobei man wieder beachten muss, nur wenn man davon ausgeht, dass die auswählbaren Folgebuchstaben nicht von den zuvor gewählten abhängen. Also können zum Beispiel auch Buchstaben mehrfach vorkommen. Sinnvolle Wörter sind davon nur ein ganz kleiner Teil. Hier wäre ja zum Beispiel auch QPX oder sowas auch zugelassen und das wäre ja eigentlich gar kein richtiges Wort. Allgemein hätte man bei n möglichen Zeichen bzw. Buchstaben, aus denen man immer wieder auswählt, und k-stelligen Wörtern n hoch k-Möglichkeiten. Nimmt man als Alphabet etwa die Ziffern 0 bis 9, so lassen sich daraus 10 hoch 4 vierstellige Pinnummern, wo auch Ziffern doppelt oder mehrfach vorkommen können, bilden. Ein wichtiger Spezialfall ist das zweistellige Alphabet, wo Sie also k-mal hintereinander immer nur 0,1 oder ja, nein oder entweder oder Entscheidung treffen. Dafür gibt es dann 2 hoch k-Gesamtentscheidungsmöglichkeiten. Eine direkte Anwendung davon ist die Frage nach der Anzahl der Teilmengen einer Menge. Eine k-elementige Menge hat etwa genau 2 hoch k-Teilmengen, weil wenn unsere Menge m k-Element hat, so müssen wir für eine beliebige Teilmenge t für jedes Element von m entscheiden, ob es auch zu t gehört oder eben nicht zu t gehört. Dafür gibt es dann 2 hoch k-Entscheidungsmöglichkeiten. Die Extremfälle sind da auch mitgezählt. Wenn wir immer ja sagen, kommt einfach wieder die Menge m raus. Wenn wir immer nein sagen, kommt einfach die leere Menge raus. In allen anderen Fällen kommen echte Teilmengen von m heraus. Auch nochmal als Baumdiagramm. Unsere Menge m besteht hier mal aus An, Ben, Chris und Dora und für jedes Kind wird entschieden, ob es auch zu t, zum Beispiel in die AG Turnen gehört. Jeder Ast des Baumes ergibt dann eine andere Teilmenge. Ganz links ist wieder die Menge m, weil sie einfach immer ja gesagt haben, und ganz rechts ist die leere Menge, weil sie immer nein gesagt haben. Damit sind wir am Ende des ersten Kapitels angekommen. Ihr folgt gleich die Schnitzeljagd. Und wenn Sie aufmerksam zugehört haben, sollten Sie außerdem die Übungen unterhalb des Videos lösen können. Oder Sie machen erst einmal mit dem zweiten Kapitel weiter. Oder Sie machen erst einmal eine kleine Pause. Dann, wie gesagt, gehen aber unter Umständen Punkte der Schnitzeljagd verloren. Also wenn Sie Pause machen wollen, Schnitzeljagd besser dann nachmachen.